Die Wollnüs, eine schrecklich große Familie hat uns schon wieder mit Drama gefesselt. Lavinia und Tim wollten den Bund fürs Leben schließen. Doch stattdessen zog sie aus der gemeinsamen Wohnung aus. Was ist passiert? In der letzten Woche erlebten wir das große Finale der 16. Staffel der Kult-Serie. Doch die Freude über die geplante Hochzeit von Lavinia und Tim wurde abrupt unterbrochen. Was ist geschehen? Die Staffel war ohnehin von Spannungen geprägt, sei es zwischen Silvia und Estefania oder Loredana und Servet. Doch in der letzten Folge kam es zum großen Knall. Ein heftiger Streit zwischen Lavinia und Tim drohte, alles zu überschatten. Und dann die Enthüllung, Lavinia zog aus. Zwei Tage vor der Taufe und wenige Wochen vor der Hochzeit verließ sie Tim und kehrte ins Elternhaus zurück. Doch warum? Lavinia gab zu verstehen, dass die Zweisamkeit zwischen ihr und Tim verloren gegangen sei, besonders seit der Geburt ihrer Kinder. Ihre emotionale Entscheidung schockierte nicht nur die Familie, sondern auch die Zuschauer. Doch Tim gelobte Besserung und konnte Lavinia dazu überreden, zurückzukehren. Eine zweite Chance für ihre Liebe? Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Was denkst du über diese dramatische Wende? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal für weitere Updates zu den Wollnüß.